Nicht mit dem Lost Wie geht das? Ich habe es aber nicht gelesen. Hä? Lost. Bachi Lost. Wann für Game? Wann für Game? Bachi Lost. Das darf ich nicht sagen. Nicht mit dem Lost! Nicht mit dem Lost! Jo YouTube, was geht ab? Lasst auf jeden Fall noch ein Follow auf Instagram da. Hier eingeblendet. Direkt jetzt auf Instagram gehen und Follow da lassen. Und natürlich nicht vergessen, ein Abonnement da zu lassen. Bestens kostenlos. Blog aktivieren hier auf YouTube. Abonniert den Kanal Kevin Bengers. Morangensaft, Morangine und Orangisch, Morangisch. Mein Hauptkanal. Grüß gehen raus. Peace. Wir sehen uns im Stream auf Twitch.tv slash Orangisch, Morangisch. Auch nochmal hier eingeblendet. Abonnieren und liken. Abonnieren und liken. Ey, lasst mal Pummelparty spielen mit meins. Pummelparty. Pummelparty? Ja, man ist noch Pummelparty spielen, Alter. Mit meins. Das ist geil. Nefas kann auch mitmachen, Digga. Nefas. Auch immer ein witziger Zeitgenosse der Nefas. Wer ist der eigentlich? Den... Nefas ist... 16. Er ist total jung, der Junge. Na, wer das ist? Screamt der? Nefas? Nefas ist ein 16-jähriger aus Düsseldorf. Er hat auch eine Freundin, tatsächlich. Echt jetzt? Ja, ja. Nefas ist schon seit... Er heiratet schon seit irgendwie 4 Jahren. Nefas ist mit Angelina zusammen, okay? Nefas ist mit Angelina zusammen, ja. Alles klar. Nur kauf das Game, Nefas. Kauf jetzt Nefas, ehrlich. Das muss man nehmen. Klo, Max. Bitte das Spiel. Stopp. Ey, nö. Würdest du bitte Frau Miles fragen, ob sie Rennmäuse hat oder welche sie hat? Hundmäuse? Hundmäuse? Ha! Der Lord! Der Lord, Jungs! Jungs, Nefas hat es nicht geklappt. Wirkt jetzt? Nice, hallo, hallo, hallo. Oh, endlich der Gang, Nefas. Ah, nice. Hallo, Frau Miles. Hallo! Mein Name ist Corporal Elton und Mike Fuchs von der Coast Guard ist heimlich in meinen Stream gejoint. Ich bin heute in Unterwehr. Corporal Elton Ende. Sind wir denn? Ach, hier unten. Die verdammte Coast Guard. Also, es sind so Mini-Spiele. Ich hab auch keine Ahnung, wie funktionieren, aber es sind halt nur Minigames. Nefas soll ich anders sein in der Box? Ne, das liegt da aus. Er in der Box lebt, tatsächlich. Nefas. Wie, wo, was, wo, wann? Leertaste. Nefas, Lost, Digga. Nefas wieder Lost. Ey, das Spiel noch nie gesehen. Das ist so wie bei... Mario Party. Genau, ja, genau, genau. Nefas, hier ist der Turn. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Nefas, mach den Turn jetzt hier. Lauf! Lauf einfach. Komm, lauf. Nefas, ein... Der Junge ist einfach los. Nefas, lauf doch einfach. Lass uns lieber das Game neu starten, weil einer schreibt, wir haben das so eingestellt, dass wir zu viele Pokale haben, dass es mit 5 Stunden oder 7 Stunden geht. Ach, Quatsch, Digga. Wir spielen einfach ein bisschen und haben keinen Bock mehr. Ja, wir wollen wissen, wer gewinnt, Digga. Nein, natürlich nicht. Das ist der 4. Ich spiele jetzt 2, Digga, richtig. 2, 6. Oh, nein. Hey, du weißt nur mit, wer ich bin. Wer bin hier denn? Du bist der Fuchs. Du bist der Fuchs. Der Rote Fuchs. Das ist ein grün, ne. Du bist das komische grüne Ding. Ne, du bist doch der Rote Mike Fuchs. Einer muss noch Würfel da. Nein. Ja, jetzt geh. Los. Alter, du wirst den Neun. Hey, wir bekommen uns zu überspringen. Hey, die Scheißarbeit, ja. Warte mal, wenn bei dir nichts passiert ist, dann gehe ich die andere Richtung. Ja, ich versuch's einfach. Just no risk. Nein. Was ist das? Mein Master has finally arrived. Ach, komm, du hättest irgendwas klauen können von mir. Du kannst klauen oder verkämpfen oder wie ist das? Wir haben ja noch gar nichts. Ich hab jetzt irgendwas gedrückt. Ich hab jetzt einfach Kies genommen. Nice. Oh, das sieht gut aus. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber es scheint gut zu sein. Let's go. Ja, jetzt wieder ist da ein hässlichen Zylinder auf. Der einzige wahre Lord, Digger. So, oh, er folgt mir. Schluss, ich glaube, das ist gut. Laber doch. Oha, Alter. Der schummelnde Boss. So. Collections, keys, violence, knockout, other players, punch, ist das. Alles klar. Haben alle gelesen, wie es geht? Einfach viele Kies einsammeln. Einfach viele Kies einsammeln. Hey, warum bin ich? Hallo? Hey, wieso kann ich nicht laufen? Notch wieder komplett lost, Digger. Ich verstehe warum. Notch wieder komplett lost, Digger. Notch wieder komplett lost, Digger. Lost. I'm lost. Man, wo sind die Schlüsse? Nicht mit dem Lord, Jungs. Nicht mit dem Lord. Krass, man kann nur noch boxen, eh, Moin. Ja. Oh mein Gott. Nicht mit dem Lord. Nicht mit dem Lord. Nicht mit dem Lord, Jungs. Ah, Jungs. Kann er noch mal? Okay, mit R kann man rausgehen. Mit R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind Schlüsse. Okay, dann gehe ich unten lang. Das ist ein Ausrufezeichen. Okay, Ausrufezeichen könnte spannend sein. Wir nehmen Ausrufezeichen. Ähm, Klara Mai, äh, Dings Nevas wurde gekickt. NICHT SO! Weil, weil doch Neulinge immer nach 5 Minuten gekickt werden, weißt du. weißt du. OHH NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ! Ähm, Race your playing through the narrow canyons. Oder so, er war auf irgendwann. Warte, il ist kurz. Ich hab controls nicht gelesen. Ich hab Realtalk nicht irgendwie... Scheiße, wie funktioniert's? Wird immer erklärt, Digga, warum lässt keiner durchgelesen da unten, Digga? Wie geht das? Ich hab's aber nicht gelesen. Hä? Lost. Bachi Lost. Ach, ich war nicht im Game, ich war nicht im Game. Bachi Lost. Ich bin rausgetappt gewesen. Digga, ich war nicht im Game, also ich war rausgetappt. Yes. Digga, ich bin einfach so schlecht, Mann. Ich hab die Flugscheine B. War nicht so gut. Ich bin dreimal verreckt. Wer ist blau? Nee, ach ja, was ist blau? Ich glaub, man wird ein bisschen schneller pro Runde. Ja, wenn du durch diese komischen Kreise fliegst, bist du schneller. Ja, aber man wird auch, ich glaub, naturell ein bisschen schneller. Weil jetzt bin ich in vierten Runden, aber es ist echt schwer zu lenken. Oh Gott. Nicht. Lost. Dich mit dem Lost. Oh, das ist glaub ich nicht gut. Okay. Das ist nicht gut, glaub ich. Brauch ich keine Schlüssel klauen. Wollen wir ihm, glaub ich, Schlüssel? Weckt's. Äh? Keine Ahnung. Was passiert jetzt? Für elf Monate zu resign. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Ah, das war meiner gewesen. Nice. Geil, Digga. Stabil. Digga, der haut mich weg. Ich bin jetzt letzter Platz. Ich hab 20. Gott, war nur ich eben so inkompetent im Fliegen? Also geisteskrank. Man muss nur, wenn man hochfährt, muss man S drücken. Das war richtig schlecht. Alter. Nefas, einfach. Guck mal, Nefas konnte nicht machen mehr. Das war ein Kinderspiel dieses Fliegen, ne Jungs? Das war ein Kinderspiel ehrlich. Sag mich wie es ist. Also wer die Bombe hat, muss sie ja zu einem anderen werfen. Und wer die jetzt jetzt hat, der verliert. User in your channel timed out. Verdammte Miles. Wie werfe ich diese Bombe weg? Oh mein Gott. Ich glaub du musst so viele wie möglich mitnehmen, glaub ich. Oder irgendjemand mitnehmen. Ich glaub man muss die Bombe jemand anderem geben. Aber wie mit welcher Taste? Oh! Ich muss einen boxen und der hat die dann. Okay, okay, okay. Man kann die auch werfen. Man kann die Bombe werfen, Digga. Man kann die werfen, man kann die werfen. Warum? Und bei dem das letzte explodierte Ganze verloren. Der grün ist grün. Nee, was? Ich bin es nicht. Ich bin rot. Okay, gut. Nein! Wo ist die aache? Da war auch noch drinnen. Ach, Bachi Digga. Nein! No way. Er hat Bachino geholt. Niemand! Wo bin ich? Du bist tot, Digga. Hehehe. Und? Fiss dich nicht, was? Fiss dich! Nein! Ich mit dem Lord, Junge! Ich mit dem Lord! Scheiße, eigentlich war das 300 IQ, aber dann kamen die doch rein. Ich bin einfach zu gut ne, ich bin einfach zu gut ne. Rot für den Tod. Das ist echt nicht, ne? 1, 2, 3, 4, okay, ich gehe nach rechts. 1, 2 oder einfach hier. So, du sollst noch mal den goldenen Weg nehmen. Ja, scheiße, vergiss. Oh, 6. Gerechtig, fast, gerechtig. Ja, welches? Beides gleich. Ah, nein, du musst meinen goldenen Weg, äh, gehen, Digga. Ah, okay, okay. Wie seh ich mal eventuell? Mit Kuh? Ja, mit Kuh. Kriech'n diese scheiße Maus hier weg, Digga? Ich hab' eine ganze Maus in game. Oh, bitte, ja. Ja, ich wurde wieder geheilt von grad. Ist da wieder zu aus, weil die Kampampen auf ihn schmeißen? Oh, nö, Alter. Nein, bitte nicht. Ey, bitte, ich hab' ihn grad becovered worden. Bitte nicht. Du siehst dann mit Kuh-Jus. Yes, Digga. Du bist so unfair, ne? Der war ganz kurz vor der Dings gewesen, ne? Oh mein Gott. Oh, da kriegst du noch ein Schlüssel von dir. Oh mein Gott. Du bist so unfair, Clara. Weißt du, wer unfair ist? Ey, Mama. Heißt du, Ruhe. Ehre genommen. Malz hat dich rasiert, ja. Merk' schon. Irgendwelche Tiere, die auf anderen Tieren heiraten. Was ist denn Indicated Animal Combos? Die markierten, oder? Ich hab' keine Ahnung. Wo auch immer übersetzt, Digga. Was heißt Count the Indicated Animal Combos? Muss man alle zählen? Äh, oben schreibt da, die Tiger zählen, war Fanda reiten zum Beispiel. Ja, also so zwei Doppeldinger da. Ach so, was da oben draufsteht. Ach so, und die müssen dann zählen. Okay, okay, okay. Okay, Ruhe, Ruhe, Chat. Oh Gott, Alter. Ruhe. Und Raccoons. Was ist Raccoons? Keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung, was es ist. Das sind diese Viecher da. Ja, das ist das. Das war doch kein Raccoon. Eins. Ach so. Ne, fasst das Ding, er zählt einfach laut. Ja. Ist einfach laut. Hey, wie kann die denn hochzählen? Wie kann die denn, wie kann die hochzählen? Mit, 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 äh, mit Dings. Mit Dings. Äh, mit, mit Space, oder? Ich weiß es nicht. Denke ich doch. Ja, mit Space. Ja, mit Space. Mir geht das nicht, hä? Was ist denn Bores, Alter? Nein! Ich bin zu inkompetent. Das tut mir nix, gell? Sie müssen nur, nur einmal etwas drücken, wenn sie was zählen. So zählen sie. Oh, ich hab reingeschissen. Ich hab reingeschissen. Ich hab reingeschissen. Ich hab reingeschissen. Aber auch nur, weil mein Englisch so scheiße. Oh, fuck. Ahhhh. Meine Ahnung ist mir nicht. Nein! Ich grüße. Ah na, Alter, wenn ihr jetzt der sch*** ist, gell. Natürlich bin's eh. Okay. Ich weiß nicht, wem soll. Bis sie dann noch hin und her rollt. Boah, fünfzig Schüsse wegen der Tür. Oh nein. Mann, was soll das denn die ganze Zeit? Wer hat das jetzt gemacht? War der Lord. Kevin. Nicht mit dem Lord. Ich bin eigentlich tot, glaub ich. Das Bündnis mal. Fuck, User. Nice. Und dann lässt sich Kevin gewinnen. Okay. Wir müssen aber bei dem leuchtenden... Irgendwer davon ist der Böse. Wir müssen weglaufen vor dem. Gucken, wer der Böse ist. Ah, ja. Frommals. Frommals. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. Bache ist gefickt, Digga. Warum nicht? Kann ich so rüberfliegen? Ich kann rüberfliegen. Geht es gut. Frommals, die können machen, was wir wollen. Oh, der Rot ist gefickt, der Rot ist gefickt. Ist das passiert? Erster ist tot, erster ist tot. Frommals, er ist getötet. Mann! Sie müssen halt in die Falle locken. Wissen die Frommals, dass sie vielleicht runterfliegen müssen? Oh, Alter. Natürlich bin durchgestorben. Clara auch los. Sorry. Clara auch los. Alter, wie viele Schlüssel Kevin einfach hat. Uff. Nein! Oh, wow. Clara. Oh, was ist denn los? Oh, hau rein Clara. Wir haben einen neuen Feind, Jungs! Ich wusste nicht, was passiert. Er wird das so bereuen. Da habe ich sogar passendes Soundboard. Bisschen, nice. Scheiße, das ist der Hammer. Oh, nein. Oh, was ist das jetzt? Darkness. Oh, shit. Kevin ist mega gruselig in dem Game, Digga. Oh, jetzt geht er zu Clara. Was war das? Warte mal, was? Vielleicht setzt er eine Runde aus? Es bringt nichts. Ich bin letzter Platz. Oh. Du musst was gegen Kevin einsetzen. Er wird dich sonst einholen. Oh, nein. Darf er jetzt noch würfeln? Mach ignore, Nefas. Sein Ehrenmann. Easy. Was ist das denn, Digga? Was? As a word appears. Ach, wir müssen ein Wort erfolgen. Ach so, buchstabieren, okay. Ja. Was? Space drücken, wenn was? Wenn man auf dem Buchstaben ist. Okay, dank. Da. Wo bin ich denn überhaupt? Nein! Digga, wo ist N? Easy. Neptune. Äh, Neptune. Verdammte Scheiße, wie du vorne hast. Ich auch. Wo ist denn P? Wo ist T, Digga? Wo ist denn das T? Wo ist das P? Ich find das nicht. Wo ist denn T? Gibt das nicht kein T? Doch, da oben. Bam, Digga. Pickel, Pickel. Duck. Äh, D, D, A, B, C, D. Der Lord. Yeet, Y. Ach so, oh mein Gott, was mach ich? Nein, N. Da oben. Digga, boxt mich nicht. Mann. Boxt mich nicht. Digga, ich bin jetzt schon wieder viel zu spät. Jawohl, da ist hier der Lord, Digga. Nicht mit dem Lord, Jungs. Nicht mit dem Lord. Der leicht getriggerte Boss. Wo ist die Kiste, Digga? Oh, jetzt porten, als ob er so weit porten kann, ey. Warum kann ich da nicht hin zu porten? Hallo? Ach, ich kann mich nur zu anderen TP hin. Äh, diesen Haystar, den kannst du dir wegfahren, N? Wer ist das da über mir? Wer ist grün? Das ist vormals. Das geht so. Der Range mit dem geht nur über 8 halt. Oh, waste it. Quachy, einfach lost, Junge. Warum bin ich immer so lost, Mann? Das fackt mich lange ab. Okay, einfach ausweichen. Ja, easy. Ja, okay, das ist leicht. Let's go. Oh, Mann. Okay, Fokus. Oh, das ist echt schwer, das ist echt, das ist echt schwer. Oh mein Gott, das ist echt schwer. Das ist halt wirklich, das ist wirklich schwer, Digga. Ach so, deswegen zählt auch die höchste Linie einfach nur. Aber es bleibt in die höchste Linie. Ja. Ah! Oh, ich glaub ich hab nen guten Run. Nein. Ah! Kann man nicht wahr sein. Digga, da kommt ein Panzer. Hup. Oh nein. Das kann ja nicht sein. Oh nein. Ich werde jedes Mal von Piggy überfahren. Was ist das? Nein, es sind noch 10 Sekunden. Dixen sitzt da drin. Ha ha ha. Oh ja. Ehh. Das darf doch nicht klar sein. Nicht mit dem Lens. Nicht mit dem Lens. Nicht mit dem Lens. Nicht mit dem Lens. Immer letzter. Du hast. Du hast, du hast an oder? Du hast an, gell? 50, 50 Chance. Komm. Gönn! Gönn doch mal! Gönn doch mal! Gönn doch mal! Jaaaa! Jaaaa! Och, das darf doch nicht! Och mann, Alter, so unverdient! Jeder hat nen Schlüssel außer ich! Der Lord gewinnt mal wieder! Ey, ich hasse sowas! Bachi immer wieder komplett getriggert! Seh, getriggert, Junge! Jawoll! Alle haben auf jeden Fall jetzt Ah ne, warte mal! Notch noch nicht! Huch! Hab ich übersehen! Es werden Pfeile angezeigt, so vier verschiedene und dann musst du halt rechts hoch runter runter gehen, weißt du so um zu überleben! Das ist, glaub ich, ein geiles Spiel! Die wird angezeigt, wo du hoch gehen musst und so! Wo bin ich, Alter? Hey, wie könnt ihr denn gehen? Ihr habt ja gedacht, du dir erst sehen! Oben rechts! Jaaaa! NICHT mit dem Lord! NICHT mit dem Lord! Jungs, die Spiele spielen wir uns beim ersten Mal! Was ist los mit den ganzen Leuten hier, ehrlich? Naja, du hast schon viele Switch-Teams zugeguckt! Nein, ich bin einfach ein waschechter Gamer, Digga! Das ist das Ding! Weißt du, warum ich grad gestorben bin? Weil ich auf dich gehör... Warum bist du nicht leise? Ich hab auch oben rechts gemacht, wo das bei mir was anderes war! Ich hab ne Rakete, ne? Das heißt, nach vorne fliegen, Digga! Ja, Käthe ist echt stark! Vor allem, weil ich grad bei der Kiste bin, Digga! NICHT mit dem Lord! NICHT mit dem Lord! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bro! Komm, ne 6, Bro! Gönn wir! Jaaaa! Gib mir die Kiste, Brodi! Was los? Ja, komm! Kann ich den kaufen? Jaja, klar! Du den Kies, ne? Nein, die Masse! NICHT mit dem Lord, Jungs! NICHT mit dem Lord! Er ist... Er gewinnt auch bei jedem Minigame, das ist nicht normal so! Nein! Er ist nicht! Der Fanboy hat immer zugegeben! Nein, Bruderleine, guck mal! Real Talk! Echte Gamer können sowas einfach! Ach man, tausch die Position! Ach wie geil! Ach so! Alles so in die Kust! So, was hab ich denn hier erstmal für Items? Geil, ich hab nichts! Let's go! Spin your way to victory! Spin your way! Okay, einfach runterhauen! Einfach runterhauen! Ja, alles klar! Go! Okay! Lass alle auf Kevin gehen! Der ist so groß, ne? Äh! Oh! Oh, du bist so rein! Was? Nein! Hau ihn runter! Bitte, bitte, bitte! Nein! NICHT mit dem Lord! NICHT mit dem Lord! Der kann doch nicht immer gewinnen, Alter! Alle auf Kevin jetzt! Komm, Orange! Alle auf Orange! NICHT mit dem Lord! NICHT mit dem Lord! Ja! Das kann man mir nicht erzählen, das ist einfach... Das ist einfach... MICHT mit dem Lord! Ich liegt mal auf Orange, ich liegt mal auf Orange! Na! AAH! Ja! JAA! Ich mit dem Lord! Nicht mit dem Lord! Ich mich mit dem Lord! Man! BOOM! Ich bin's, Tim! Er teated! Das muss so sein! Ich glaube, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Das ist verdammte Lappen. Das kann ich mir nicht erklären. Einfach geisteskranke Items, Alter. Du hast den P**** da unten. Hat der noch zwei Raketen? Was? Die hat zwei Raketen. Klara, schnell, Soundboard. Ja, ich bin zu spät. Der hat voll und viele Raketen. Okay, da sind viele Autoplayers. Alles klar. Einfach die Leute schlagen. Oh nein, ich bin wieder da. Alles klar. Schnell jetzt mal. What the f****? Hey. Wir sind nur within. Hä? Wie ist dort noch neu? Was geht da? Das geht immer. Was ist das? Was? Digga, ich hatte einen 17. Und der schlechte Zahl ist 7. Nicht mit dem Law. Nicht mit dem Law. Du hast 7, Digga. Ich habe 17 gehabt, Digga. Damit du mal weißt, wie schlecht du bist, Bach hier, Alter. Sorry, Jungs. Ich habe ein Geschenk übrigens. Das heißt, wenn ich Geschenk benutze, ist 50-50 Chance, dass ich gewinne. Aber ich kann die Kiste halt eh noch nicht öffnen. Deswegen macht es noch keinen Sinn, Jungs. Klar, wie teuer ist das? 40. Ah, okay. Teleport. Ja, aber ich habe keine Schlüssel, Jungs. Es bringt mir der Port nix. Ich kann die Kiste nicht öffnen, weil ich keine Schlüssel habe, Digga. Das bringt nichts. Doch, dann... Ja, dann baut die bisschen über mir hin und beim nächsten Minus. Kann er nicht. Er kann nur zu einem anderen Spieler. Ja, aber das Ding ist, ich gönne ja auch der vermeintlich den zweiten Crew, deswegen tausche ich natürlich mit der. Dann werde ich da wenigstens hin. Unbedingt auf Kevin. Boah, Minus 11. Digga, wenn jetzt noch einer eine Bombe hat, Alter, dann können wir Kevin wegkicken. Du kannst auch hier Bienen nehmen. Notch. Stimmt, der ist über mir. Nein, bitte nicht. Bist du bereit? Nein, bist du bereit? Gönn dir. Bist du bereit? Bitte nicht. Er macht nur HP. Schön, meine Schlüssel aufsammeln, danke. Alter, die wird einfach in den neuen. Ich habe Probleme. Jedes Mal. Ich kann doch überhaupt nicht fliegen, ey. Shoot ist das. Okay, verstehe. Ich glaube, das würde lustig werden. Das wird nix. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Will I respond, my Mr. Sam? Ey. Nein, ich habe dem Laut wieder in den Kiel gegeben. Ja, er hat vier Kills. Ey. Kevin, du cheatest ohne Witz. Hör auf zu cheaten. Es fackt langsam ab, Mann. Wenn man einfach schlecht seid, ihr Lappen, Alter. Mann. Nicht mit dem Lass. Nicht mit dem Lass. Mann. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Er kriegt immer Raketen und ach. Ernst, der ist raus. Ja, jetzt hat er gewonnen. Aber es sind vier Schlüssel. Das hast du da zu wenig, oder? Ich brauche fünf Schlüssel, Digga. Ja, aber Jungs, mit Magneten kannst du die Dach nicht aufheben, Digga. Es sind nur zwei Schlüssel, die hier liegen. Ja, mit Magneten kannst du von mir klauen, oder nicht? Nein, nein, kannst. Der kann auch. Nein, ich bin der Laut. Ich bin der Laut. Ich bin der Laut. Was brauche ich? Nein, zwei. Komm, Bruder. Nein, ich bin der Laut. Nicht mit dem Laut. Nicht mit dem Laut. Ja, wir sind die Gewinner der Herzen. Naja, die Verlierer von allen, Digga, Ende. Ja, gar nix, Digga. Award for the most keys gained. Orange Morange. Most Minigames won. Ach, bestimmt nicht, gell. Orange Morange. Our ultimate winner. Nicht mit dem Laut. Guckt euch die Zähne an, Jungs. Darf mich stehen. Nein, ich dachte nur, nein. Ist unglaublich, ey. Warum bin ich in dem scheiß Käfig? Ja, ich spiel weiß ganz genau, was ich will. Komm dann immer raus. Ja. Dich mit dem Laut. Let's go, yeah. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Ghana. Ich zieh am Tanga. Ja, die Kleine hat was. Sie ist ne 10 von ne 10. Das ist Standard. Sie ist eingebildet. Und ich mag das. Mein Drip ist viel zu hart, genauso wie bei Ghana. Ich zieh am Tanga. Ja, die Kleine hat was. Sie ist ne 10 von ne 10. Das ist Standard. Sie ist eingebildet.